So, weg, 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 weg. Wir sind drauf, wir sind drauf. Jetzt können wir den hier richtig hart auf die Presse geben. Oh, oh, okay, komm rüber. Komm rüber. Gleich ist er aber fertig. Gleich, gleich ist Feierabend. Gleich wird er so hart aufs Maul. Ja, ich schenke ihn mir richtig, jetzt schenke ich ihm halt richtig ein, ne? Ja, okay, fast. Heiß, 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 heiß. Der ist halt echt intelligent genug. Au. Ist klar, das trifft natürlich. So, jetzt ist es gleich wieder leer. wenn ich könnte würde ich die auch aus ich bin da nicht drauf gewesen kacke bin ich denn gerade ernsthaft so einmal drauf so jetzt geht's doch ja schaukele nur weiter ja ich bin vielleicht dumm aber das habe ich nicht verstanden jetzt springen wir hier rüber wir müssen halt aufpassen, sonst ist der hier nicht erwischt nicht nett und ich habe jetzt so Pech gerade mit Schweinsnasen unglaublich wie lange haben wir schon keine Schweinsnasen mehr gekillt und ihr habt es leider gesehen rechts unten war das Speichersymbol da muss ich leider sagen bis zum nächsten Mal tschüss Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice Madness Returns mit mir, dem Nico und Kuchen Kuchen, 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 Kuchen Ja, man kann Kuchen kaputt machen Mein Traum ist in Erfüllung gegangen Ähm Ja, ne, so fängt man an Das finde ich gut So Das war nicht der Arsch von der, oder? Das war jetzt nicht der Arsch von der Gut Wir haben jetzt da irgendwas geschafft gehabt letztes Mal Ich habe keine Ahnung mehr genau Ähm Und sind da jetzt wieder voll mighty mighty fucker mäßig weitergekommen Und jetzt ist der verstörende Hintern von der hier aufgegangen Kann man da nicht rein hier? Ich weiß es nicht Also Zähnchen Zähnchen Nummer zwei Drei Vier Uh Ah, Mann Den Viechern Können echt Weg mit den Kackviechern Ja, komm, kaputt, ey Weg Tschüss Ich muss mir gestohlen bleiben Aha Geht da echt drauf Ja, hier ist ne Wand Wunderbar Das ist was wir am allermeisten mögen Scheiße Ich weiß jetzt nicht, ob man da was machen kann, aber Wäre natürlich mega cool Mega cool meine ich praktisch So Ach, nicht da rüber Näh, näh Näh, 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 näh Hier geht's bestimmt durch Da, da Hier Ich Oh Oh, oh, oh Entschuldigung Ihr hört's Facebook ist an Ah, das ist blöd Ich kann auf Facebook nicht mehr in der Aufnahme ausmachen Gut, dann, äh Ja, Julian schreibt mir gerade Deswegen Ähm Ja, das ist jetzt scheiße, wa Dann will ich mich für jeden, jedes einmal Plumm Na, entschuldigen auf jeden Fall Dass ich zu blöd war und hab Facebook nicht ausgemacht Ja, ich weiß, wir müssen den Arsch von dem Viech krabbeln Ach, hier geht's drumrum Hier Nee, doch Aber da war ein Obstkorb Ich will diesen Drecks Obstkorb haben Schneckenpfad Nee Ja, Schneckenpfad passt richtig cool Weißer Moschi mäßig und so Ähm Ich will da ra Ah 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 Muss also schon was tun, ne Und wir haben wieder Eine Schweinsnase und wir haben mindestens zwei verkackt Ach, wunderbar, da geht das Da geht das Törchen auf Ja Und 30 Zähne wieder Wärme zu wenig Mö, 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 Opa Ne Ne So Und ich habe heute den Stand der Dinge mal kurz gelesen Wir haben 14 Abonnenten Finde ich mega geil Ja, andere sagen Ja, wir haben 140.000 Abonnenten Ne, mega geil Gut, ich freue mich mit 14 schon Weil ich finde schon 14 Abonnenten ist eine Leistung Ich weiß ja nicht Äh Also Ja, ne Fangen wir so Später werde ich mich auslachen, wenn ich mich das Wenn ich mir irgendwann mal nochmal das hier hören würde So 14 Abonnenten voll geil Werden immer mehr Ähm Immer mehr meine ich langsam wie die Sau Ähm Ich werde mich auslachen Boah Es leckt Es leckt bei mir Püppchen Oh, Tür ist zu Das ist ungefährliche Püppchen Das ungefähr, oh mein Gott M2 von den Drecksviechern da oben Ja, das ist wunderbar So was So was wünscht man sich zu Weihnachten Ne, das ist doch nicht das Scheiße Fire Oh, weg hier Wunderbar Na, das ist nicht easy Zweichen Wunderbar was weichen So So Ja, knall sie ab Zack Andere Waffe Wieder weg Ausweichen Sag Wunderbar Oh shit Haben wir die Waffe gewechselt Das war blöd Das war blöd Das hätte ich nicht machen sollen Bam Und wieder ausweichen Boah, wunderbar Teamwork mit den da oben Aua Mit den da oben Geht richtig gut Pam So Ah Der Bauch ist Offen Oh scheiße Falsche Attacke Oh, die da oben Die kotzen richtig an Scheiße Zeig mir dein Bauchlein Ja Komm her Komm Ja Pam 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 Aua Ui Scheiße Alter, wie er gezielt, hat er hat gewusst, dass ich da hingehe Scheiße So So, jetzt nehmen wir uns den einen vor Oh, der zielt auf uns Alter im flug legt mich am arsch weichen ausreichend ein noch einmal getroffen werden dann bin ich tot das heißt ich muss ganz doll aufpassen jetzt kann ich dich zu menschen einmal ausreichend dürfen uns nicht treffen lassen dürfen uns nicht treffen lassen wir smash den jetzt weg wunderbar genau so wollen wir das jetzt geht es mal erst mal hier rüber ja komm ich kann sie gar nichts das macht so hart fertig ja komm klag mich doch 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 gar nichts hier zack aber auf die seite ausweichen dann komm ich wieder und mach dich weg ach so erst mal kuchen leben leben halten ist ein zähnchen also das war jetzt ein kampf den fand ich geil also da einer der kämpfe die ich wirklich geil fand in dem spiel die ich freue mich schon wenn ich jetzt im altraum modus den machen muss den kampf wird so ein gemetzel ich bin 20 minuten dran rumhängen bis ich den geschafft habe er ziehen die 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 kugeln ziehen im altraum modus nämlich irgendwie drei herzen oder sowas was vollkommen normal ist weil braucht man ja nicht ne so leben ist voll überbewertet und äh hysterie modus eh äh also wenn du den hast hast du glück gehabt dass du dich vorher gestorben bist na müssen mitspielen ja komm ich bin bereit hoch links rechts links unten links wo links rechts und links easy nochmal 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 und unten oben links unten links links unten oben rechts oh oh nochmal zugabe unten links oben rechts unten unten links unten easy nochmal 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 ja keine musik sollte diese untat verharmlosen kein challenge too easy sag ich nur einfach nur einfach nur too easy da kommen wir und da geht es noch irgendwo hin aha aha irgendwas glänzendes bestimmt ja ja es geht weiter es geht weiter es geht weiter ja ja komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon evoland ah äh rechts unten steht grad fix da spielt evoland evoland das glaub ich mach ich auch mal evoland fand ich lustig das hab ich mal als trailer gesehen ja sorry dass ich dir jetzt rein geredet hab ne aber evoland ist mir da dazwischen gepunkt hm aha zugschienen wir changen also das setting bald ne lok gehört oh das wär mega geil leute 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 stellt euch vor stellt euch jetzt nur mal kurz vor während ich jetzt gleich da leben hole stellt euch gleich vor gleich kommt es vielleicht kommt es warte 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 wir machen es wie barney ne äh so richtig so wait 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 stellt euch vor das letzte level ist im zog drin ne aber ich würde es so megamäßig feiern das wäre das wäre so megageil einfach nur ich würde da das ich hab's halt schon mal gesagt ich würde da auf die screenshot hast du hämmern bis zum geht nicht mehr ich könnte das play dann anhand von screenshots nach machen und ja ich weiß wie viele bilder das werden zu viele weil hier hinten ist noch was was mich sehr interessiert hier ist das für andere oder hm na komm her ich will das ding haben hier ich will mein neues rosenblättchen da ich will die rosen 1 1 1 1 1 1 mia so mal wieder bestimmt hier kein challenge ladet kann oder unauf ohne schar schleichen dafür falls das sie sowas müssen wir jetzt machen stimmt sie was haben wir doch gar nicht weiß nicht ob ob das jetzt noch was wird. Oh. Oh, okay. Scheint nicht easy zu sein. Komm, bam, hau mir eine. Zack, ja. Gib mir die Kante. Oh, knapp.